So, dann mal schauen. Komm, Verlängerung. Achso, das Bild hat sich wiederholt. Ich dachte schon, ich krieg noch Verlängerung. Scheiße. So, dann gib mal ein schönes Symbol. Die Pyramide. Komm, mach mal ein Vollbild. Ah, durchgelaufen. Komm schon. Das ist zu wenig. Na los. Einmal. Nicht einmal Pyramide. Komm. Das wäre gerecht gewesen. Tja, das Geld gab es nur für die Symbole. Na ja, dann schauen wir mal. Vielleicht geht ja was. Und jetzt auf dem Euro, ein schönes Symbol. Oh, schade. Ah, schade. Aber gut, Vollbild. Das ist nicht aufwundert. Komm, Verlängerung. Komm. Macht er nicht. Komm schon. Ich sag mal, 5 Euro auf dem Euro ist ja ein bisschen geizig, ne? Aber wirklich geizig. Dann geben wir auf 1,50 Spiele. Dann geben wir auf 1,50 Spiele. Und hier werden wir auf 1,50 Spiele. Okay. Na komm. Das war's. Na komm. Komm schon. Komm. Moin. Komm. 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 Komm mal. Komm, jetzt! Komm. 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 Komm schon. Das war's für heute. Ja, klar. Nein, 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 nein. ich glaube er will nur auf 80 Cent das wäre geil gewesen, er hätte die gleich gegeben das wäre geil gewesen, das wäre geil gewesen komm jetzt schade komm 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 Komm, schau dir. 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 Komm. Ja. Okay, jetzt. Komm, schau dir. Komm, schau dir. Komm, schau dir. Komm. Vielleicht doch lieber auf 80 Cent. Komm, schau dir. Komm, schau dir. Das ist ja vielleicht billiger. Ja, da kannst du mal voll machen. Komm, schau dir. Komm, schau dir. Komm, noch einen. Komm, schau dir. 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 Okay. 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 Ja, jetzt auf 1,50. Komm schon. Okay. Jetzt ein Vollbild. Verlängerung? Ja. So, jetzt kannst du mal richtig knallen hier. Oh, da waren die Bücher. Komm. Oh. Da hängen wir. Na komm. Komm schon. So, und jetzt nochmal 4 oder 5 hinterher hier. Komm. Sehr schön. Kann man machen. Komm, jetzt noch ein Vollbild. Oder Verlängerung. Komm. 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 Cash Games. Okay. Ah. Das war ja nichts. Aber gut. Komm. Gib nochmal 6. Komm. Ich hatte schon eine Niete. Ich hatte schon eine Niete. Ja. 2. Dann kann es nochmal 6 geben. Ja. Super. Ah. 3. 4. 4 Nieten. Jetzt kannst du mal wieder 6 geben. 5 Nieten schon. 6 Nieten. Komm. Gib mal 6 dazu wieder. Ja. Sehr gut. Die 6 Nieten wieder aufgehoben. Ja. Sehr gut. 6 Nieten. 7 Nieten. 7 Nieten. 7 Nieten. 8 Nieten. dann gibt man nochmal 6 10 liegen 11 12 jetzt wird er geizig 15 liegen jetzt holt er sich die CGs wieder, es war nur zum Spaß machen ja, sehr schön